Jo, gerade hat der Rügel mich angerufen. Die Loot Raider Box wäre gekommen. Ich gehe mal jetzt eben hoch. Ja, hallo, deine Kiste ist da. Ja, hast du ja gesagt. Ja, am Telefon. Wollen wir uns da schon reingucken? Nee, nee, nee. Nee, mache ich ja nie. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ja, nee. Aber gut, gucken wir mal, was der Kater denn hier ist. Ist noch zu. Gut, ich stelle euch mal hier die Kamera hin. Dann können wir das auch schön sehen. Guck mal, hast du mir auch schon ein Messer hingelegt? Ja, zum Aufmachen, ne, für den Tesa. Ja. Für den Original-Tesa, auf jeden Fall. Und du hast da nicht reingeguckt? Nee, nee. Guck mal her. Ja, nee, ich bleib mal da hinten. Ja, da hinten bleibt der lieber hocken. So, ja, ich hab noch nicht reingeguckt, guck mal, das sieht so aus. Ja, da sind voll die krassen schwarzen Haare dran an den weißen Klebebein. Ja, ich hab damit nichts zu tun. Also ob er das nicht war? Ja, die Carla hat auch einzelne schwarze Haare. Ja. Rübe, was ist hier drin? Wenn du jetzt hier reingeschifftet hast, ne? Vielleicht eine Samba rasselt. Jetzt tu doch nicht so blöd. Ja, wie auch für dich hoffen. Ja. So, dann reiß doch mal hier. Guck mal, hier, das ist doch wohl das Beweismittel hier. Ja, von... Ja, von... Schwarze Haare auf weißen Klebebein, obwohl das hier durchsichtig ist und schon offen. Ja, das ist gar nicht offen. Dann war das schon so. Und weil das hier noch hieb ich auch irgendwas Goldenes auf dem Tisch. Ja, naja, mach rum. Ja, dann ist was anderes. So, ja. 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 Ja, schleicht dich. Ja, ich geh... Ja, du bist mir zu aggressiv. Ja, guck mal. Aber das ist ja schon mal ganz süß. Das ist der Plüsch-Pluto, glaube ich. Den habe ich nämlich online schon gesehen und fand den da schon so cool. Nö, jetzt haben wir den Plüsch-Pluto. Den ich nach dem... Ey! Ey! Ja? Was soll er denn? Ich hole den mal eben. Ja. Komm mal her. Ja, ne. Du kannst dir mal den Plüsch-Pluto angucken, aber hast ja schon gesehen. Ja, nein, nein. Es überrascht mich so wie dich. Jetzt komm auch mal mit hierhin jetzt. Ich will nicht jetzt schon wieder... Komm mal her, mal ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ja, so. Okay, gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir aber noch ein T-Shirt, wo ich bin echt sauer, dass du schon offen hast. Ja, hab ich überhaupt nicht. Äh, ja, von Dragon Ball. Das war ziemlich cool. Und jetzt geh nicht da rein. Ja, warum nicht? Du warst doch schon hier drin. Ja, ich warst überhaupt nicht da drin. Aber gut. Ja, da haben wir noch eine Beast Bomb hier. So, äh, Popping Candy with Lodicop. Eine Beast Bomb kann ich dir auch legen. Diese Space Gum oder wie das hieß. Ja. Äh, was haben wir noch? Ein Konsolenquartett. Oh! Geil. Das ist cool. Geil. Quartett mit Konsolen zocken. Hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist cool. So, mal ruhe. Du musst jetzt nicht da rein. Ja, doch, ich muss mal eben kurz mit meiner Körperfülle hier, äh, was, äh... Ja, was ist das? Ja, nee, ich muss mal hier rein. Also, ich zeige euch gleich mal, wenn ich durch bin, dann zeige ich euch mal, was der noch hier... Ja, was meinst du? So, hier einmal ein Anstecker von der, äh, Hand des Königs, glaube ich. Oder der Khaleesi aus der letzten Staffel Game of Thrones, glaube ich. So, mal schön breit machen. Nein, du musst da nicht unten reingucken. Wolltest du nicht, den ich sehe? Ja, das hier. Das hier? The Man of Steel, ein Notizbuch, auch cool. Ja, schön fettes auch. So, und jetzt, Rübe, jetzt geh doch mal da raus. Nee, nee, da ist gar nichts. Geh mal bitte. Da ist doch nichts mehr. Rübe? Ja, oh. Geh da raus. Ja, nee, das Messer beeindruckt mich nicht. Ja, du weißt, ich... Rübe, jetzt geh doch bitte raus. So, komm mal, ich geb dich einfach mal raus. Ja, geil, Rübe, geil. Guck mal. Wunderschön, haben wir noch ein bisschen Katzenstreu. Ja, sorry, falls... Diese Katze ist unglaublich. Was die da reintun, ne? Ja, aber war mir eigentlich eine ganz coole Loot. Auch hier dieser Anstecker von der Hand des Königs, das ist schon ganz cool. Und der Pluto natürlich. Und, äh, ja. Nächstes Mal guckst du da nicht rein. Hab ich nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ey!